Fjord 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 Leute, ich muss jetzt mal meine Sachen hier... Ich weiß nicht, weil ich jetzt hier wieder hab, irgendwie reagiert er schon wieder. Jetzt geht's, boah, leck mich. Ist man so ein bisschen buggy mit dem Controller hier. Ja, ich habe alles gerufen. Ja, bei mir hat der Controller wieder gewinnt werde. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Geisterkatzen habe. Ich weiß nicht mehr, wie war das jetzt? Wie habe ich dort, wie war das alles gerufen? Wir sind gar nicht richtig, boah. Ich dachte, wenn man da runter geht, dann kommen da hinten das Gebiet. Ja, ja... Das müssen alle gewesen sein. Ja... So... Das... Zack... Ja, das müssen alle gewesen sein. natürlich wollen das hingeportet ja okay ich würde schon sagen du bist schon wieder in die versuche ausbinden wir zu diesen ein gebiet kommen wir ja noch eine christmasse ein schlank küssen sich jetzt aber richtig irgendwo ist ja noch was also ich kann ich hatte nicht okay ich werde einen krankenwagen hat angehört den krankenwagen gerade so leuchtet dann auch meine mutter ich habe nicht gehört ja ich kann ja auch nicht dabei damit werden wir machen in der jahre das kann endlich mal wieder weiter mehr kultur erledigt endlich mal wieder auf fortschritt machen wir werden auch voll gekotzt das war folgt warum verfolgt gekotzt und sie war also vom einkaufen zurückgekommen sind irgendwie so ein dhl typ hier in sein haus reingegangen ist eine lieferung eine minute später kam eine minute später kam hermes zusteller ich habe mir gewünscht hat irgendwie eine minute früher da gewesen wäre damit irgendwie hat selber haus reingegangen werden sich geprügelt hätten ja ich hoffe die konkurrenz bestellt wird nichts bei denen da ist mein revier nein nein das war die hermes typen so durch die gegend fliegen mit dem flügel helm ja aber der fliegt mit seinen schulen ist ein komischem flügel sondern da ist der herrlich gegeben ja ja es ist die futuristische vergangenheit mittelalterlicher cowboy ich glaube nicht dass es viel jetzt hier braucht um die aber zu kämpfen ja ich auch anscheinend nicht jeder ich habe auch kein vergleich auf die abgang die also schon wieder neu mit dem neuen der andere der ist ein schwarzer historisches geht das ist sogar historisch akkurat gappen schwarzen samuray der hieß jaske historisch akkurat aber irgendwie die leute reden sich schon wieder darüber aufgehen den hat er sogar gegeben wir erzählen sich ja die haben das nur aus historischen wurden gemacht und nicht durch irgendwelche anderen gründen er hat für oder nur naga gekämpft diesen einen bekannten in den feld heran glaube ich oder nur von aber der wird auch wieder der dämonenkönig genannt oder so ja 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 die ganze japan sind woche davon japan hat in dem feld zu verein gehen ja 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 selber unter feld ja glaube ich das stärkste charakter total war als total wo es da war da fliegen sehr viele gerüchte rum und bin fertig käme da janis kopf zurück alles klar aber den kopf schneemann ja ich sehe nichts ich sehe nur die dunkle eberhauer keuler der stelle dann ist er der aussaugende knochen durch der säure da ist klar weil es gibt so viele gerüchte rum und youtuber berichten darüber war es ja nicht auch nicht auch eine eigene serie ja es dauert nicht eine strategie serie ja genau okay warum nicht da hatten sie ja schon empire war ja genau das wird ja immer noch am leben gehalten von den wollen wir nicht noch nicht noch mehr davon ausgewacht haben ist eine geile idee eigentlich in ihren spielen haben was wollen die jetzt in ihren spielen haben also commercial werbung in ihren spielen ach so nein danke zirkel des schicksals da können wir ja nichts machen er hat eine prophezeiung von einem teleskop im observatorium aber da konnten wir ja nichts machen das kommt hin und ich weiß nicht was man da machen muss ich auch nicht da haben uns die punkte gefehlt oder so dann machen wir in der story weiter square nx die will es wäre ähnlich die wollen irgendwie in richtung multiplayer gehen in zukunft okay dann sind sie auch schon fangen fangen zu 14 ja super erfolgreich aber wir haben gar nicht den maria gemacht ne war damals nicht doch haben wir doch erledigt ja da kann ich mich gar nicht mehr dran da wäre er mit dem webel stürmen also ich bin aufgemacht werden erledigt wenn ich im monolithen da sind wir ja nicht so stark einem datier patte stimmt wir sind hier irgendwie hingeflogen auf dieses dach letztens in diesen riesen vogel da sind wir hier irgendwas am machen was auch immer da sind gegner das dach des tempels das dach des vollenden aber hier ist der vogel doch von diesem mal kommt ja wir sind viele leiden war gründlich so gern in ein kostümchen aber er ist empfindlich wie ein blümchen er war nicht gut er hat sogar gepasst ja wer da ist ne das ist aus der fahrt naja ist ja ich sag wo wo in den Po also ich würde da denke ich sag wo wo in den Po ich sag wo wo er hat sich schon gepasst weil er ist dann in seinem Anschlussgarten gelaufen ist er ist auch ein gewinn ich will auf jeden fall wenn ich hier genug punkte habe oder level wenn ich auf der so gut sein wird da der wahl der wahl so gut wenn so viel so oft spawnen konnten die ganze zeit naja wenn er so zehn minuten hier er hat nicht lange abkühlt ja welcher besser ist werde ich ja schon sehen das andere der grüne der hat auf der einen seite hat den Maschinengewehr und auf der anderen hat der Raketen oh weil der neue der hat nur Autokanonen ich habe aber die Autokanonen die können keine schwere Panzerung durchfängen aber wird besser gesagt können die doch also naja die Hexam schon mit erledigt ja ja man kann mit dem gegen Stürmer und Hals kämpfen aber gegen Titan bringt das nicht viel dann müsstest du schon dein ganzes Magazin in einen titan reinballern um ihn irgendwie zu töten ja ich habe irgendwie nur so also die Läufer ja ich habe so ein geschützt oder so habe ich nur kaputt gekriegt irgendwie ja die Läufer die haben komische Schwachpunkte also weil sie unterm Bauch da ist ja nur weil sie nicht mittelmäßig gepanzert da kannst du den zum Beispiel mit der Granatenpistole kann man den da erledigen oder die unteren geschützte die der im Kopf hat naja hier kann man abschließen der hat ganz komische Schwachstellen ganz ehrlich ich habe mir mal die Quasar Kanone geholt okay ich glaube ich sogar noch besser als die Wälder weil die kann auch schwere Panzerung beziehen und die hat eine Energiewaffe die Munition etwa wenn ich den Raketen verliebt mal ausprobieren jetzt wo er wissen wo der funktioniert ja ich hab mein rover zuhause lassen ja irgendwas muss man austauschen ja da bin ich der hat der hat sich gemacht hat der wohl an der Quasar kanone die hat nur einen einen schritt also die muss eigentlich kann einmal schießen damit die 15 sekunden abkühlen aber sonst kann die eigentlich alles töten praktisch jetzt eigentlich nicht so schlimm finde ich wenn auch ganz groß ist aber dann stellen wir dann stehen die auch viele ziemlich überrechtert sich schon auf level 18 verfügbar weil die haben die ganze gegen weil die ganze stürmer und die zahlen und sowas mit töten aber ich weiß nicht wie lange wir schon am umrennen ja gehen wir aus dem weg sehr gut hier sind meine tiere das hast du nicht ich hab das leider nicht auf deutsch gefunden ja wer war perfekte spieler welche war wahrscheinlich mehr weil nicht eine andere klasse spielen weil ich bin ganz ehrlich sein ich werde wahrscheinlich im magier oder irgendwie sollte man versuchen ich werde ganz ehrlich sein hier so zu stehen und meine tiere die ganze zeit zu kommandieren so unglaublich spaß macht das nicht ganz ehrlich so im vergleich zu wenn irgendwie mit einem bahn irgendwie durch die gegend rennt zum ding wie ich dreh springt und also was jetzt bin ich auf diesem weg jetzt bin ich auch committed hier weiß nicht wartet für klassen gibt bei pausers extra ganz gerne ich weiß nicht wie die alt ich habe schon mal versucht danach zu gucken aber da gibt es noch nicht viel informationen ganz ehrlich gab einige leute die haben sich beschwert über den typen der der so am schießen dass er irgendwie sagt er passt nicht in das spiel aber dafür weiß ich bin ich über das jahr über die stadt spielt aber besser das ist diablo nur besser nehme ich an also die atmosphäre wie das spiel die umgebung sieht schon aus wie diablo du denkst du bist ja auch besser sein als diablo 4 ja ja das ist schwer zu sagen ich hatte das spiel ja nicht das ist gut aber ich hatte irgendwie noch mehr Spaß als ich bei diablo 4 ja ja dafür werden mich einige spieler wahrscheinlich hassen ganz ehrlich ich nehme an das spiel hier macht alles besser als diablo und irgendwie war der Spaß fast noch größer bei diablo 4 naja vielleicht sieht ja da hat er nicht am pc spieler und ich bin ganz wichtig oder nicht nehmen wir müssen so bis auf das endgame warten hier mit diesen gibt es auch so dungeons sind also was nicht ich nehme an das sind so die sachen hier die wir uns noch gefasst machen müssen story ist ja noch grad so da kommt ein so ein post der sonst hier die beweise sind online ja da wäre ja was weiß ich mit stil zu tun sondern mehr was mit intelligenz ganz ehrlich ja stimmt wir haben ja nicht gewonnen aber nicht drauf bekommen dass er irgendwie abwechselt der einfach nur die seiten wechseln muss er einfach von einem derzeit versucht den auge von dem anzugreifen aus irgendeinem rumpf obwohl er diese tage in bekämpfung nur sehe ja keine ahre der gesicht war direkt vor uns nehmen wenn ich eins gelernt habe vom video spielen dann aber immer auf den kopf derzeit 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 man mal über kutolo aber er kommt noch mal wieder mit doppelt so viel intensiv die neuste staffel von die dritte folge die sie drauf bekommen da weiß ich nichts von derzeit 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 war nicht die verliebt das ist das leben ja geht da rein geht da rein das schmied das ist auch wieder so ein charakter der irgendwie tot oder so besparen kann glaube ich ja ja ich werde da sieht man nicht spielen ich mach dich mal ja 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 auch noch vorher irgendwie tendiert als magier und so die aber auch mal ein magier stellt von denen seine fähigkeiten eigentlich auch richtig gut immer so abwesungsreiche sachen feiert man aber ganze gegner einfrieren ketten auf die gegner schießen jetzt tiermeister ich hab hier meine gegner lenken meine und roten nicht mal lenken kann ich mal was sie machen ich kann die nur beschweren und die kämpfen automatisch wir haben nicht mal irgendwelche fähigkeiten wir schon vor dem die per knopfer irgendwas machen ich meine der liga dahin weil du da ja der blitz ist ist die fähigkeit von den von den rahmen ja war mein mein raub mein raptor mein wolf die tun eigentlich nichts machen die tun ich glaube der wolf tut uns baffen und der raptor tut kommt ein wut an folger ist nicht verbunden mit irgendwie eine attacke oder so mein säbelzahn tiger der macht so einen clown angeht ich kann gar nicht mit denen machen ich kann ich nur bestürt und dann kämpfen die für mich ja das war so auf viele verschiedene und vielmehr wenn ich mal anzahre habe ich genug da bist du jetzt wecken bis genau die gleiche satteliten laser das ist ja der hier auch ja ja drei köpfen zwei schlüssel habe ich hier die dritte folge oder wie was ich weiß ja genau wenn wir dann elefanten macht und er sagt das ist ja auch so stirbt auch wie soll man an der seite gibt es überhaupt kein sinn weil ich nicht hier unter wasser nicht gibt aber egal dann macht er eine mitte der macht irgendwie ein schwarzes locker hat weil ich hier rufe ganze leute nur rufe deine geister katzenburg immer die herkommen ja oder soll irgendwie so ein after image sein weil sie nicht ich hatte einfach so schnell an kam gerade dazu gab es den ganzen gruppen rabatt wird irgendwann das wie wenn also damals irgendwie er fähigste kontrolle gekauft lassen was eine kopie von vor 176er lang gehabt okay ja wir können immer noch aufgedehen was denn okay so kommt ein gegner auf meine tier machen hier schon da kann ich bemerke was los ist voll neue gegner ja selbst wenn ich einen gimmick haben ich kann da kein blitz entschießen kann ich den angreifen das ist der russ an die hoher huel Das kommt von dir, Kind. Das ist kein Rage. Für millennia, die Vesselmaidens sterben, damit ihr könnt ihr leben. Jetzt fühlst du den Abyss des Desperrens! Was? Was machst du? Nein! Warum solltest du unseren Gästen den Torment, die dich jetzt erfülle? Was? Der nächste Cthulhu. Okay. Hupsala. Ich habe eine sehr lange Zeit überhaupt nicht verstanden, weil die Charakter in Englisch immer gesagt haben. Ich komme auch nicht klar mit dem Englisch. Stab von Charles Barker. Ich mag dich nicht besonders. Ich finde die deutsche Stimme besser. Na Kenny, you're poor Clay! Wir haben also squeaky Stimme. Ich mag das überhaupt nicht. Naja, die deutsche Stimme von Cartman ist ein alter Mann, ey. Ja. 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 Was kommt hier? Ich halte mit dir. Achtung! Du hast ein Stück Scheiße! Ja. 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 Ich habe mich so weit zu sagen. Ja, das ist doch auch so gut. Du warst bist du? Essenz der Gier. Da muss ich direkt angreifen. Essenz der Opulenz. ich bin eingefroren dann senden sie man es neu geht man auch los da gibt schon natürlich es gibt schaden was hat die heilt sich was hat er wieder voll 2 dann gab ich noch und ich halte mich die ganze zeit mit meinen klamotten mal dass die frank und herr geweckt hat da jemand da hat sich gerade eingefroren ich habe mich da gerade gefilter wie viel schaden die noch mal eine kräfte aber ich mache jetzt so wenig schaden ja kommt mein direkt meinen tieren ich stehe doch nur herum das ist schon wieder geil ja gerade unter die hälfte unter die hälfte los 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 jetzt kommt phase 3 was haben wir sagen wir vielleicht auf die sachen wir gucken wieso kriegen wir noch level 5 klamotten die 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 nach die werte mehr drauf so vertritt denn zeit ist hier stimme erinnert mich an irgendjemanden aber ich weiß nicht wer das andere böse monster oder es ist ja auch böse warum ist er nicht jeder böse macht der vorkes mal die idee der andere die geschärfte dem und hat das irgendein vater ist wir sind wieder hier und jetzt wieder eine kürzene neue die an verleihen du wirst du auch etwas verspüren in welcher die monoliten erklärt es wird mit empires überlegt es ist alles klar der monolithe schicksals das geht mir um fertigkeitspunkt für jeden meines geld damit auch schon seit ewig keine gute rüstung aufgaben nicht irgendwie so eine rolle spiel habe ich das gefühl das kommt noch wahrscheinlich so ist das gleiche wie man vorher schon mal gemacht haben monolithe schicksals mit der leise wird der schicksal mit sommer mit woher gesagt wir sollen hier reingehen meine güte jetzt steht ja schon wieder zurück stelle ich in der ausführung der monolithen irgendwie haben wir auch gar keine hauptquests grad sehe ich ja wir sind fertig ich nehme an die wollen dafür noch irgendwie im monolithen wie eine runde spielen hat ja dann gehen wir mal ich habe mich den taunen angeschlossen ich habe mich den taunen angesprochen sollte denn das ist eine blase kürzen oder nicht machen wir mal mann und morgens der leise monolith des schicksals ob sie ja wo gehen wir die ich glaube leider schreibt man mit denen aber okay ich habe keine unterlebt das verschlungene aber gut inwiefern wettkinder welt ist das zum teufel das ist ein junges gewesen hier das ist im dunkel Was ist das? Was ist das? wir töten findet son geht alles klar abgeschüttet entscheidt ja naja ich würde da was zu fressen oder dann will er spürt man seine lust hier bist du wohnen hat nämlich dann hier ich lebe das hier eine frische schaden von meiner tiere was ist hier los warum hast du so ein siegel um mich herum panzerhund dazu geht es gerade kein hundepanzer da wäre ein bisschen schlimmer gewesen wenn er gar nicht vorstellen dass ein panzer der hundepanzer der geformt ist wie ein hund besser geworden weil es besser geworden die vereinigte städte wieso also wieder so im Moment da fragst du dich warum erlauben wir Amerikaner ein eigenes Land zu sein ich weiß nicht du kannst du diese realistischen Roboter die auch wir beiden da die wir da haben diese richtig realistischen die auch wenn man die umkippt wieder aufstehen können die gibt es jetzt mit einem Flamethrower Attachment der Autonormalbürger darf sich das kaufen das ist keine militärische Waffe der Autonormalbürger darf sich das Ding kaufen um was zu tun ja das ist die Frage warum warum Daniel das Ding funktioniert das hat ein Flammwerfer auf dem Rücken und ist mobil das ist doch schon skotzen warum gibt man den Normalbürgern die Lustigkeit ohne Waffe zu haben Roboter Feuer danke das ist kein Scherz das Ding hat ein Flammenwerfer und das funktioniert das ist nicht witzig die sind bekloppt natürlich nicht überall in einigen Staaten nur aber trotzdem das ist doch gestört ist doch schon schlimm genug dass jeder eine Waffe hat jetzt laufen die schon mit Flammenwerfern in die Gegend rum eh mit mobilen Flammenwerfern gibt es eigentlich noch was schlimmeres eh am schlussend wäre das Ding auf Rädern auch noch wäre eh wenn irgendwann später Bannenkriegen mit ausgeführt ja das sind ja das werden die auf jeden Fall für irgendeine Scheiße mit brauchen ich meine ich würde ja noch verstehen wir da irgendwie eine militärische Waffe wäre oder so aber nein der average Joe kann sich das kaufen um damit seinen Grund und Boden zu verteidigen ja am Postboden ich werde zu dem rüber er hat ein Flammenwerfer Roboter und ich muss mich noch beim letzten Trip ja auch holen am nächsten machen die wahrscheinlich auch noch droht mit Flammenwerfern wir haben einige nerds schon lang gearbeitet ja ja für amazon hier wie ja genau die meine ich die drohen um unsere um unsere Pakete zu schützen haben wir an unsere drohende Paketenwerfer auch mit der Handelsfabrikation ja echt er ist nicht mit den drohen aber mit dem drohen ein mit dem kolom in seiner wir haben ihre wenigen Roboterarmeen haben die schon vorher gab obwohl die eigentlich gar keine armee besitzen dürfen aber er gibt eine gesetzeslöse diese Armee sind um ihre ihre lieferungen zu verteidigen ok das ist ja schon sondern das ist ja schon die hellfeier du ihnen das ist bei dieser roboter auf diese zwei räder die haben die genose ja genau die benutzen die um geld einzutreiben gewöhnlich die da sind nicht mal kriegsmaschinen das benutzen die um geld einzutreiben dann haben sich gedacht haben wir ein paar knarren irgendwie kann ich ja nicht mehr rein in das ding ich bin übernacht wenn sie nicht zu mir porten naja stimmt was er vielleicht doch okay dann gehen wir ich kann kein portal rufen immer raus ich komme hinterher da ist bei der belohnung jetzt ja ja weil du nicht gestorben ist alles klar ich weiß nicht wie die regierung jetzt habe ich noch keine punkte bekommen um die kräfte zu aktivieren und zu ländern sagt jetzt empfehle ich dann müssen wir ja immer noch weitermachen er über die quest der kurs der zeit entdeckt in seiner irgendwie sagt sich da nichts verändern aber wir haben auch irgendwie keine normale mission jetzt hier ja nur noch monolithen jetzt hier nichts ist normal hier ja ja links wenn man ja auf die karte geht das steht man da müssen wir punkte ansammeln erst mal müssen wir jetzt ein paar von den dingern machen und ich habe keine punkte bekommen weil ich frage bin das gefühlt ja nicht ob du ich schon machen kann was hat denn hier ich immer erst noch durch diese grüne partei gehen muss in der rechte kommen ich muss meine finger sammeln beschwören beschwören ja sie bist du gar nicht sagen ja wortwörtlich ich tue mal aus reflex rechtsklick machen für meinen rahmen angriffen kommen auch fünf haben auf einmal machen wir uns mal aufteilen ja wenn man die gegner erledigen müssen normalen gegner war nicht oder sind jetzt weniger normaler gegner wenn wir jetzt schwamm der beherrschung hier naja sind ja auch einige bossen sind ja auch hier da können wir uns ja wieder treffen hier ist auch ein hat wie ihr so ein dicker so ein flamm speier natürlich ich bin jetzt mal mit der balken sich statt erfüllt ich bin ich am sterben wäre wenn er mich trifft macht er unglaublich viel schaden mit der scheid zum glück kämpft er sich nur gegen meine skilette und so machen die sind ja alles oder hat sogar mein golem gekriegt zum bopsst deine frage wir haben schwanger die fliege werden von den büchern ich habe schon zwei von denen hier hier und ich habe ja keine punkte am ende ich möchte mich jedes mal zu sagen dann wird er hat mir seine tolle belohnung unter die nase dabei habe ich am meisten beigetragen ja nicht schlecht Alter, ich seh nicht mal, wer das macht, eh. Was ist die Inferno-Hölle der Klingen? Was? Ich find den das immer für beschissenen Lagen. Gott verdammt nochmal, eh. Da gibt ja nicht mal irgendwelchen Sinn, eh. Die Inferno-Hölle der Klingen. Was ist denn das für ein Scheiß? Da gibt ja niemand mehr Sinn, eh. Da ist das, wenn ich hier ein Rasiermesser der Explosion benutzen würde. Was ist denn das, was? Das Rasiermesser des unendlichen Schlitzens. Ja, das kann man ja noch mal. Aber was hat denn bitte in Höllenentfernung mit der Klinge zu tun? Da fallen wir dann, eh. Der Speer, der Atom-Experte. Der Speer von Hiroshima. Der Würfel der Rundsamkeit. Ja. Der Eiswürfel des Feuers. Ja, genau so ein Scheiß. Da gibt mir auch keinen Sinn. Wir haben nur... Wir haben nur ein Würfel geworfen, als wir den Minister zusammengeführt haben. Die Dinger haben ich gerade getötet. ich habe gerade eine leere rüstung gefunden aber nicht nur schwächer ich gucke gar nicht mehr wenn ich überhaupt eigentlich irgendwie unterschied macht ganz ehrlich auch nicht aber wenn irgendwie was lehren ist oder irgendwie so was ist hier wahrscheinlich gar keine gute idee was wir machen mit der beschützten rüstung kommen wir drücken irgendwie gleich der tollen schurkenbogen wenn ich damit ist der zweite hier nahe kampf angst geschwindigkeit keine blitzschaden dann wenn wir in den länden 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 hier schritt den ich hier kommt ein neuer typ der mich mit dem pfeilbogen abschließt ich kann immer nur ein oder zwei skills einsetzen da bin ich schon leer hier sind viele gegner hier sind schon fertig ja die magie übrigens auch wenig hinterlässt immer genau gleiche zeug nicht bringen ja ich war ziemlich strom schlagen klagern wird sie das eiseboren soll überhaupt halten der götze der sanften brutalität der unendlichen zerstörung des friedens so schon wieder keine punkte bekommen darum ich wollte würde ich mit meiner lebensenergierung ballern ja ich kann die kräfte allerdings nicht freischalten wenn ich nicht punkte darum sammel ja auch nicht helfen gut sagt er und stirbt in den ersten fünf sekunden nachdem okay für einen moment lang dachte ich hier dass eine statue hier so liegt so drame like your french girls ja ja jetzt habe ich mal mit so weiter weg das ist auch meine devise ich gehe aber wenn ich in den nahkampf gehen würde wäre ich sofort tot grüne stiefel das ist schon irgendwie praktisch durch meinen angriff habe ich die ganze zeit mein geist daher weil ich die ganze zeit oder der lebensenergie hat und das ist die lehre einige von den sachen sind nicht gut meistens nicht schon seit wochen das wäre das sollte ja man muss man warum wir mit dem schwanz der höchste chance auf beteiligung in der berühmungsbereiche habe ich zwar nicht aber ja her damit ganz ruhig das ist doch schaden weil ich nicht meine knochen spüren nicht nur schaden der hält war da was aber nicht genug und noch ein schlüssel das lichtlose gehöre ist hervorragend online das ist die kostet nation das ist wieder ein reifriese leute leute die bitte reife ein giftiger dreizeck der unterdrückung wird gift schaden ich hätte jetzt gedacht der giftige dreizeck der heilung der feuchte starb des unendlichen das boden feuer das ist das ist trademark ja ja immer wieder sonntags kommen die erinnerung die 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 feuerwelle die 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 das oder das wir singen das schwert von mad jack der pirat ja was bist du denn so eingefroren oder wieder steht gift mit feuer so löcher leute genau ich bin aufgeworfen und abgewalt gewählt ich möchte sehen und dabei springen vor golem das netten wochen spieler ich wollte gesagt ich die überrechte ins imperator wird dann es wird nicht gesehen dann ist verlinkt es ist verdammt groß es wird explodiert habe ich den mund gekriegt ok 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 aber wir tun level was auch was hier ist ein magier aber wenn auf dem weg ist wir haben ja noch nicht die ganze wird noch nicht was bringt aber wir haben die bonus stabilität noch nicht naja wo wo da wird mich bei ja 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 gar nicht so viel aus gefällt ok okay dank dank nach karten wir ihnen dann die 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 noch mehr erfahrung das gezeichnet in zwei feiner fertig sind das hat er sich da auf der dann wird er bald geburtstag naja naja Kannst kaum erwarten, du kannst kaum erwarten, bis ich meine Mitlaufkreise bereich habe. Na? Dann werde ich dich anrufen, Daniel, jeden Tag. Ich stehe einfach nur im Regen, wenn es regnet vor deinem Fenster und starre in dein Zimmer. Hey, wie geht's? Nein, ich rede einfach nicht, ich starre einfach nur. Oder ich stehe vor deiner, vor eurer Wohnung und rufe Stella! 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 Das waren meine Lieblingsmomente der gesamten Serie. Und dann würde ich euer Gras schneiden. Du jetzt Gras schneidest du nach Hause geh. Ich habe die Serie so geliebte. Ja, wenn du wahrscheinlich. Das war sogar meine Lieblingsserie damals. Okay. Was sind denn die Werte? Ich habe eine Rüstung, die hat plus down, hat 72 Rüstung, ist Level 52. Jetzt habe ich einen Verein, 50 hat 194 Resto. H. Sind dafür Banken der Werte, ey. Oh. Das macht doch ja keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und deshalb ist das... was? Oh Mann. Oh, sorry. Das war gerade mein Inventor also egal. Das war jetzt ein Teil. Ach.